Am 26. August 2023 führte das größte Rad Rhein-Deutschlands die Deutschland-Tour durch unser Trainingsgebiet. Es stand eine Bergwertung auf dem Langenberger Sender in Fellbad an. Vorab fuhr ich die Strecke hinauf und genoss die herausragende Stimmung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kurz darauf folgten die Profis. ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017